Surah 101 Al-Kariya, die Pochende, offenbart zu Mekka, 11 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Al-Kariya, was ist Al-Kariya? Und was lässt dich wissen, was Al-Kariya ist? An einem Tage, da die Menschen gleich verstreuten Motten sein werden und die Berge gleich bunter zerflockter Wolle, dann wird der, dessen Waage schwer ist, ein Wohlleben genießen. Dem aber, dessen Waage leicht ist, wird Al-Hawiyah sein Endziel sein. Und was lehrt dich wissen, was sie, Al-Hawiyah, ist? Sie ist ein glühendes Feuer.